Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Dienstag, heute ist Buchhaltungstag und zwar Großbuchhaltungstag und deswegen werde ich jetzt nicht hier im Büro arbeiten, sondern drüben. Das kann eine gewisse Zeit dauern und dann gibt es wahrscheinlich noch einige Termine, aber das seht ihr dann gleich. So, dann bin ich wieder zurück ihr Lieben. Es ist wirklich eine hammermäßige Arbeit, dann habe ich jetzt noch mal Fehler gefunden. Das wird noch eine ziemlich große Zeit in Anspruch nehmen, aber ich werde jetzt in der Zwischenzeit das Video, was ich Sonntag veröffentlichen wollte, zu diesem Handy hier, was ich jetzt lange Zeit verwendet habe. Ich fand es auch gut, aber es ist leider für mich kein Ersatz für ein iPhone. Ich habe es jetzt wieder und habe auch eine andere Lösung gefunden, die ich euch in einem der nächsten Videos über Hashtag Antilverstehen vorstellen werde. Es ist ein Dienst namens, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, MyPio oder so ähnlich. Da hat man eben halt quasi eine virtuelle SIM-Karte, also keine eSIM, sondern es ist eine App, die verbindest du dann mit deiner normalen Zielrufnummer, die du sonst auch auf deinem Handy hast. Und dann kannst du dann quasi über eine andere Nummer angerufen werden, beziehungsweise SMS empfangen, natürlich auch anrufen und SMS verschicken. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr sinnvoll, wenn man kein UALSIM-Handy hat oder kein Handy hat, was eSIM unterstützt. Das ist für mich die genialeste Lösung gewesen, die ich haben konnte, weil ein neues iPhone XS oder XR ist leider ziemlich teuer. Und das wird wahrscheinlich vor Ende nächsten Jahres wahrscheinlich nichts geben. So, gut, ich veröffentliche meins eben das Video, damit ihr das auch mal sehen könnt. Und dann sehen wir uns wieder. So, ihr Lieben, ich bin immer noch nicht fertig mit der Buchführung für mein Ehrenamt. Also, ich bin ja Kassierer in einer Partei und das will immer noch nicht so richtig flucken. Und deswegen werde ich jetzt auch den Vlog beenden. Ich habe gedacht, ich habe heute ein bisschen mehr, aber wenn man mal jetzt schon... Ich lasse mich jetzt nicht lang gucken, aber wenn ihr jetzt mal guckt, was da noch auf dem Tisch liegt, da bin ich wahrscheinlich noch den ganzen Abend mit beschäftigt. Und deswegen werde ich für heute das Vlogging abbrechen. Sag wie immer, macht was, dann bekommt ihr auch was. Und ich mache jetzt da weiter. Bis Donnerstag. Ciao. Ciao.